Hi, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um eine Frage, die sich nur sehr schwer intuitiv lösen lässt, dafür aber sehr einfach mit Hilfe von mathematischen Mitteln. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Gehen wir mal idealerweise davon aus, dass die Erde eine Kugel ist. Angenommen, um den Äquator der Erde wäre ein Seil gespannt. Würde das Seil um einen Meter verlängert und gleichmäßig um die Erde gelegt werden, könnte dann eine Maus an jeder Stelle hindurch schlüpfen? Und falls nicht, um wie viel müssten wir das Seil denn länger machen, damit die Maus hindurch passt? Oder um wie viel müssten wir das Seil länger machen, damit zum Beispiel ein Mensch hindurch passt? Mathematisch lässt sich dieses Problem ziemlich einfach reduzieren auf einen Zusammenhang zwischen der Differenz im Umfang und der Differenz im Radius von zwei Kreisen. Weißt du noch, was die Formel für den Umfang eines Kreises war? Na, das war doch gerade zwei Pi mal dem Radius. Schreib dir mal diese Formel für beide Kreise auf und dann zieh die beiden Gleichungen voneinander ab. Dann steht nämlich auf der einen Seite der Gleichung die Differenz im Umfang und auf der anderen Seite, nachdem du zwei Pi ausgeklammert hast, zwei Pi mal der Differenz im Radius. Du kannst diese Gleichung auch gerne nach der Differenz im Radius umstellen, indem du die Gleichung durch zwei Pi teilst. Auf jeden Fall löst dieser Zusammenhang unser Problem. Denn wenn wir jetzt das Seil, das um den Äquator gespannt ist, um nur einen Meter verlängern, also wenn die Differenz im Umfang gleich einen Meter beträgt, dann können wir ausrechnen, dass die Differenz im Radius gleich ein Meter geteilt durch zwei Pi ist. Also ungefähr geteilt durch sechs, das heißt ungefähr 0,16 Meter, 16 Zentimeter. Das heißt, wenn wir wirklich dieses Seil, das um den Äquator gespannt ist, um nur einen Meter verlängern, dann können wir beobachten, wenn wir dieses neue Seil dann wieder um die Erde legen, dass wir überall eine Differenz von ca. 16 Zentimeter haben, an jeder Stelle des Äquators. Und ich habe nachgeschaut, eine Maus ist ca. 7 bis 10 Zentimeter groß. Das heißt, selbst eine richtig fette Maus sollte es schaffen, an jeder Stelle des Äquators unter diesen Seil hindurch zu schlüpfen. Und wie sieht es mit uns Menschen aus? Um wie viel müsste ich dieses Seil verlängern, damit zum Beispiel ich mit meinen 1,81 Meter drunter durchpasse? Einfach nur 1,81 Meter mal 2 Pi. Ich habe das vorher mal ausgerechnet und aufgeschrieben, das sind 11,37 Meter ungefähr. Also macht das Seil einfach 12 Meter länger, passe ich noch mit meiner Frisur durch. Interessant an der ganzen Geschichte ist, dass wir an keiner Stelle der Rechnung den Umfang des Äquators von ca. 40.000 Kilometer verwendet haben. Der ist auch gar nicht notwendig. Es geht rein um die Differenz im Umfang. Ob ich jetzt also einen Kreis habe mit Umfang von einem Meter oder einen Kreis habe mit Umfang 40.000 Kilometer, spielt keine Rolle. Wenn ich den Umfang um einen Meter vergrößere, dann wird der Radius um ca. 16 Zentimeter größer. Erklären lässt sich das Ganze damit, dass Umfang und Radius proportional zueinander sind, mit Faktor 2 Pi, so wie es noch in der Formel steht. Anders würde das Ganze natürlich aussehen, wenn es hier um die Fläche oder das Volumen gehen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe, dieses Video hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute.